Hey! Wo sind denn alle hin? Wartesaal 2. Und wie lange werden Sie warten müssen? Bis Sie Tickets haben. Keiner von Ihnen hat sein Ticket für die Nummer 9 dabei, obwohl Ihnen eines zugeteilt wurde. Auf den Verkauf von Doppel-N-Tickets stehen hohe Strafen. Sie haben Ihre Karten nicht verkauft. Sie wurden Ihnen gestohlen. Von wem? Hector Le Mans hat Sie geklaut, um sie an reiche Leute zu verkaufen. Sind es die dort? Dann wollen wir sehen, welcher Weg Ihnen vorbestimmt ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017